Weiter geht es jetzt mit dem Besten aus dem Katalog und das Beste ist ja auch momentan, wenn man sparen kann, das betrifft uns glaube ich alle, wir alle kriegen die Briefe, wo es dann immer teurer wird, ob es jetzt beim Strom ist, beim Heizen und ja, das Thema Heizen nehmen wir uns jetzt hier mal vor, weil wir stellen jetzt smarte Heizkörperthermostate vor, mit denen können Sie richtig ordentlich sparen. Ja und das hat auch schon die Bild-Zeitung festgestellt, das liest man immer wieder, Sie haben es vielleicht auch schon mal in diversen Portalen gesehen, ich habe es schon mehrere Mal im Frühstücksfernsehen bewundern können, wenn es darum geht Stromkosten zu sparen und so sagt das auch die Bild-Zeitung vor einigen Tagen, smarte Thermostate sparen hunderte Euro im Jahr. Wahnsinn, wenn man das liest, ne? Das geht mir runter wie Öl, ja, denn natürlich habe ich auch schon den Post von den Stadtwerken aus meinem Ort bekommen, wo es dann hieß ja, also ab nächstes Jahr berechnen wir Ihnen die Summe X für Ihre entsprechenden Gasgeschichten und egal ob Gaspreis, Deckel, ja oder nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin studierter Mensch, trotzdem bin ich in der Diskussion ein Stück weit ausgestiegen, ab März und dann rückwirkend, und so weiter nur 80 Prozent, der Rest wird dann teuer nachbezahlt, also ganzen Geschichten. Haben Sie das verstanden? Ich für meinen Teil muss zugeben, dass ich mich da etwas schwer mit tue. Sei es drum, egal ob Gaspreisbremse, ja oder nein, egal ob Ölheizung, egal ob andere Heizungsformen, Sie können mit unseren programmierbaren Heizkörperthermostaten wirklich bares Geld sparen. Und da ist es nicht übertrieben, wenn man sagt, es sind wirklich mehrere hundert Euro, weil man hiermit ganz einfach clever heizt und zwar dann heizt, wenn man eine Heizung tatsächlich brauchen kann. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich in den letzten Wochen aufgrund der gestiegenen Preise, jedes Mal, wenn ich meine Wohnung verlasse und sei es auch nur mal für eine Stunde oder zwei durch die ganze Wohnung laufe und sämtliche Heizkörperthermostate immer runterdrehe. Sie haben wahrscheinlich auch noch die klassischen Heizkörperthermostate, wie die hier drauf, skaliert von eins bis fünf, da kann man sowieso immer nur schätzen, entweder wird es zu warm oder es wird zu kalt. Ja und jedes Mal, wenn ich dann das Haus verlasse oder die Wohnung verlasse, versuche ich immer die Heizkörper runterzudrehen. Den im Wohnzimmer lasse ich immer auf eins, anderthalb, sage ich immer ganz gern dazu oder vielleicht auch auf zwei, wenn es richtig kalt wird stehen, aber den Rest drehe ich runter und dementsprechend kalt ist es in der Bude, wenn ich wiederkomme. Aber frieren kann ja gerade auch bei den Temperaturen auch keine Alternative sein. Deswegen nutzen Sie doch einfach die Möglichkeiten, die die moderne Technik heutzutage bietet. Diese Heizkörperthermostate sind programmierbar. Zum einen ganz einfach durch Drehen hier vorne auf Ihre Wunschtemperatur. Das ist schon mal spitze, wenn Sie sagen, Sie möchten 23 Grad in Ihrem Wohnraum haben und das bitte konstant. Drehen Sie hier ganz einfach, bis Ihnen hier auf der Anzeige 23 Grad erscheint. Ist ein bisschen schwierig zu sehen, weil wir hier unter voller Beleuchtung stehen bei Ihnen zu Hause, wenn Sie es sofort erkennen. Noch interessanter aber ist es, wenn Sie clever heizen. Und clever heizen bedeutet, heizen Sie dann oder sorgen Sie dann dafür, dass Ihre Heizkörper auf Temperatur kommen, wenn Sie auch de facto in der Wohnung beziehungsweise in dem Raum sind. Gutes Beispiel ist das Badezimmer. Normalerweise hat man morgens vielleicht so eine Stunde im Badezimmer Zähne putzen, Toilettengang duschen und so weiter. Und den Rest des Tages nutzt man das Badezimmer eigentlich eher selten. Vielleicht abends noch mal eine Stunde, irgendwann so zwischen 10 und 11, bevor man dann zu Bett geht. Aber wahrscheinlich werden Sie den Heizkörper im Badezimmer permanent auf Stufe 3 oder auf einer gewissen Temperaturstufe belassen. Obwohl Sie diesen Raum 8 oder 10 Stunden über den Tag verteilt gar nicht wirklich nutzen. Das bezeichne ich mal als rausgeschmissenes Geld. Programmieren Sie doch Ihren Thermostat ganz einfach so, dass er morgens in der Zeit, und viele Menschen haben den gleichen Rhythmus, zum Beispiel von 7 bis 8 auf 23, 24 Grad. Oder bei unseren Damen noch gerne mal auf 25 Grad aufheizt. Oh ja, gerne. Und auch dann abends wieder in der Zeit von mir aus von, lassen Sie es von mir aus, von 9 bis 11 Uhr sein, dann sind das insgesamt 3 oder 4 Stunden Heizleistung und nicht 10 oder 12 Stunden Heizleistung über den Tag verteilt. Und schon haben Sie nur ein Drittel der Heizkosten, weil den Rest der Zeit kann der Heizkörper doch gerne etwas auf niedrigeren Temperaturen laufen. Und das ist nur ein einziger Raum. Ja, das ist nur das Badezimmer. Machen Sie es in der Küche ähnlich. Wie oft halten Sie sich in der Küche auf? Ja, wahrscheinlich morgens vielleicht zum Kaffee trinken, vielleicht mittags für den Mittagstisch und noch mal abends zum Kochen. In der Zwischenzeit ist wahrscheinlich kaum jemand im Raum, erst recht nicht dann, wenn man berufstätig ist. Und diesen Rhythmus, den Sie selber haben, können Sie hier entsprechend einprogrammieren und das ganz komfortabel mit Ihrem Smartphone. Und ich möchte Ihnen das ganz gerne mal zeigen, wie das aussieht. Pau mal auf, ich kann jetzt hier mal, Sie sehen hoffentlich die Anzeige hier, ich versuche es mal so zu halten, dass Sie es erkennen können. Diesen Ring jetzt hier, den meine ich. Wenn ich jetzt hier am Heizkörperthermostat drehe, sehen Sie, wie sich das verändert. Also hier kann ich schon mal die Temperatur einstellen. Normalerweise passiert es andersrum. Das heißt, Sie stellen die Temperatur am Smartphone für Ihren entsprechenden Heizkörperthermostat ein. Und das geht für alle Räume unabhängig voneinander. Also nicht nur für einen Raum, sondern für alle Räume, so wie Sie es haben möchten. Sie können aber Folgendes machen. Sie gehen in den Bereich hinein und Sie haben bis zu fünf verschiedene Heizperioden über den Tag verteilt. Das heißt, Sie können jedem einzelnen Heizkörperthermostat sagen, heiz doch bitte im Badezimmer in der Zeit von, um bei unserem Beispiel zu bleiben, von sieben bis acht. Und abends dann nochmal von mir ist von neun bis um elf Uhr. Oder andersrum, meins von sieben bis neun und abends von neun bis um elf. Dann ist es vier Stunden geheizt. Den Rest der Zeit senkt er die Temperatur automatisch ab. Und Sie sparen bares Geld damit. Im Wohnraum genauso. Schlafzimmer auch ein Thema. Ich habe es auch ganz gern schon ein bisschen muckliger warm, wenn ich ins Bett gehe. Aber in der Nacht muss das Ding sowieso nicht laufen. Und tagsüber bin ich normalerweise nicht im Schlafzimmer. Ich ziehe mich morgens an und dann wird der Raum nicht mehr betreten, bis ich irgendwann abends um zehn, elf Uhr oder was zu Bett gehe. In der Zeit muss der Raum nicht auf 23 Grad beheizt sein, wenn Sie ihn eh nicht nutzen. Und das ist das Sparpotenzial bei solchen programmierbaren Heizkörperthermostaten. Und so kommen mehrere hunderte von Euro zusammen. Du hast diese Heizkörperthermostate auch zu Hause. Ja, ich bin ein richtiger Fan von diesen smarten Heizkörperthermostaten. Weil du hast es gerade schon richtig gut beschrieben. Sonst hat man immer den ganz normalen Standardheizkörper von eins bis fünf. Ist der ja beschriftet, einfach aufgedreht und den meistens dann auf drei oder so den ganzen Tag gelassen. Und das hat natürlich sehr viel Geld gekostet. Aber jetzt habe ich bei mir auch mal die Chance genutzt und hier unsere smarten Heizkörperthermostate gekauft. Und seitdem spare ich ordentlich. Aber trotzdem, wenn ich nach Hause komme, ist es schön warm. Gerade auch mein Badezimmer, das ist mir auch immer richtig wichtig. Aber in der Zwischenzeit ist das meistens so auf 18 Grad. Also damit spart man richtig enorm. Man sagt, Kepi, mal Daumen, ein Grad Temperaturabsenkung bedeutet ungefähr 6% Einsparung bei den Heizkosten. Ja, das ist doch klasse. Jetzt kann ich mir mal vorstellen, wenn Sie von 23 Grad auf, sagen wir mal, 15, 16 Grad oder was absenken. Und das über mehrere Stunden. Was das für ein enormes Sparpotenzial bietet. Ja, egal ob Gaspreisbremse oder sonst irgendwas für Geschichten. Diejenigen, die mit Öl heizen, sind natürlich in diesem Bereich dann auch ein Stück weit gekniffen. Ich möchte Ihnen ganz gerne mal zeigen, wie das funktioniert. Denn viele sagen, Mensch, jetzt habe ich die Heizung schon an, jetzt läuft die bei mir zu Hause schon auf volle Pulle. Die ist schon im Winterbetrieb und natürlich nutze ich die, tue ich natürlich auch. Bei den Temperaturen da draußen, kann ich denn jetzt überhaupt noch einen solchen Thermostat wechseln? Ja, können Sie. Sie können den Heizkörperthermostat ganz einfach während des laufenden Betriebs, sogar dann, wenn die Heizung auf 24, 25 Grad steht, jederzeit austauschen. Sagen Sie mal, so sehen die klassischen Heizkörperthermostate aus, die Sie jetzt aktuell wahrscheinlich drauf haben. Die würden wahrscheinlich in 90 Prozent der deutschen Haushalte zu finden sein. Ich glaube auch, ja. Von 1 bis 5. Da gehen Sie ganz einfach hin und drehen diesen Ring hier ab. Das können Sie tun, weil hier ein Sperrventil drin ist. Da kommt also kein Wasser raus und gar nichts. Das kann ich Sie absolut beruhigen. Sie können im laufenden Betrieb, auch wenn die Heizung voll ist, Brett bollert, hier ohne weiteres den Thermostat abschrauben. Die bitte nicht wegschmeißen. Ja, wenn Sie beispielsweise mal die Wohnung wechseln oder das Haus wechseln, schrauben Sie die alten Thermostate ganz einfach wieder drauf. Also die ganz einfach auf Seite legen, denn die haben ihren Dienst getan. Jetzt nehmen Sie die programmierbaren Thermostate, zwei Batterien rein, haben wir gleich auch noch was für Sie. Und dann schrauben Sie die ganz einfach hier auf das Gewinde drauf. Habe ich es getroffen? Jawohl. Und richten das Ganze so aus, dass Sie es gut erkennen können. Das heißt, die Temperaturanzeige logischerweise nach oben. So einfach. So einfach geht das. Jetzt können Sie ganz einfach hier am Drehrädchen jederzeit die Temperatur auch mal manuell ganz einfach so verändern, wie Sie es haben möchten. Logischerweise auch über das Smartphone. Und wenn Sie es richtig clever sind und richtig pares Geld sparen möchten, dann überlegen Sie sich, wie sieht mein Tagesrhythmus aus und programmieren die entsprechenden Zeiten, wann der Thermostat dem Heizkörper den Befehl geben soll zu heizen und wann er die Temperatur ganz einfach absenken soll. Logischerweise sind die Thermostate ausgestattet mit einer Fensterauferkennung, mit einer Frosterkennung und sogar mit einer Kindersicherung. Wenn also hier mal der kleine Lütte im Alter von sechs Jahren der Meinung ist, mal an dem Ding rumzuspielen, dann können Sie das so sperren, dass da also nichts passiert. Gibt es als einzelnes Gerät, gibt es aber natürlich auch im praktischen Dreier- und sogar im Sechserpack für Sie. Ja, als einzelnes Gerät für 35,14 Euro vielleicht einfach mal zum Austesten. Aber mehr Sinn macht es dann doch, wenn Sie vielleicht einfach hier das Dreier-Set nehmen. Gehen Sie einfach mal zu Hause Ihre Wohnung durch oder auch das Haus, wie viele Heizkörper-Thermostate Sie denn haben, weil dann macht es richtig Sinn, wenn man jede Heizung damit ausstattet. Und damit können Sie einfach richtig gut sparen. Das Einzelne bestellen Sie mit der ZX-52, 76 unter 569. Und jetzt haben wir noch das praktische Dreier-Set für Sie. Das macht natürlich Sinn, vielleicht da wirklich mal ernsthaft drüber nachzudenken, vielleicht nicht nur einen oder zwei Thermostate auszutauschen, sondern wirklich mal im ganzen Haus zu überlegen. Bei mir wären es insgesamt fünf Heizkörper, stimmt das? Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, kleiner Hauswirtschaftsraum, Krimskramsraum von mir liebevoll genannt und Badezimmer sind fünf. Ja, brauche ich also ein Dreier-Set plus nochmal zwei Einzelne oder ich nehme gleich das Sechser-Set. Dann lege ich mir einmal auf die Seite oder mache einen Kollegen damit glücklich. Wir zeigen Ihnen das hier nochmal gerade, wie das gemacht wird. Wichtig bitte zu wissen, dass auch unsere Thermostate hier für das Anbringen an Ihrem Heizkörper, an dem Sicherungsventil mit einem Metallring ausgestattet sind. Wenn die schon ein paar Jahre drauf sind und das werden die meisten Thermostate bei Ihnen sein, kann es schon mal sein, dass Sie eine Rohrzange nehmen müssen, um die entsprechend abzudrehen, die alten Thermostate. Aber Sie können die gerne mehrmals draufdrehen und wieder runterdrehen und so weiter, weil das hier ein Metallring ist, der hält das entsprechend aus. Reden wir kurz über Optik. Ich möchte wetten, du hast es wahrscheinlich auch bei dir zu Hause fest. Die sehen bedeutend besser aus als die ollen Dinger, die vorher dran waren, oder? Ja, es sieht viel besser aus. Also ich finde, die Optik macht es einfach hier auch. Und das ist für mich auch immer so eine Kaufoption, wenn es gut aussieht. Aber hiermit sieht es gut aus und man spart auch hier wieder ordentlich. Und jetzt gerade eingeblendet das Sechser-Set für Sie. Also vielleicht haben Sie auch einfach mehr Heizkörper. Dann wäre das jetzt Ihre Gelegenheit. Für 189,99 Euro kommt dann auch versandkostenfrei zu Ihnen. Und die Bestellnummer für das Sechser-Set ist die ZX-52, 79 und die 569. Und das ist einfach wirklich clever. Man muss nicht frieren, man muss einfach nur smart heizen. Ja, richtig. Einfach mal clever heizen. In den letzten Jahren habe ich mich also auch dabei ertappt, wie ich den Heizkörper die ganze Zeit über den Winter über eine E-Mail-Stufe 3 hatte. Das heißt, es war immer warm. Ein Luxus, ganz ehrlich, bei den Preisen, den ich mir in diesem Jahr definitiv verkneifen werde. Und ich weiß, dass Sie auch schon darüber nachgedacht haben. Wie kann ich denn eigentlich sparen? Das ist eine sehr, sehr vernünftige Lösung. Bitte, es gibt noch eine weitere Lösung. Jetzt ist natürlich bei der Programmierung nichts in Stein gemeißelt. Sie können die Programmierung jederzeit ändern. Sie können nochmal eben auf den Boost drücken, wenn es mal auf die Schnelle warm werden soll. Das kann man also alles am Thermostat selber machen. Aber jetzt sehen wir mal den Fall, gerade jetzt im Dezember oder was. Sie sind dann vielleicht spontan nochmal mit den Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt haben Sie den Thermostat so eingestellt, dass der um 17 Uhr bei Ihnen zu Hause auf 23 Grad hochheizen soll. Und jetzt stellen Sie auf dem Weihnachtsmarkt fest mit dem Glühwein in der Hand. Ah, das dauert mit Sicherheit noch zwei, drei Stündchen, bis ich hier vom Weihnachtsmarkt runterkomme. Das heißt, ich bin erst drei, vier Stunden später zurück. Dann wäre es doch großartig, wenn Sie jetzt mit Ihrem Smartphone, mit Ihrem Handy auf dem Weihnachtsmarkt Zugriff auf Ihren Thermostat zu Hause, auf Ihren Heizkörper hätten, oder? Ja. Das funktioniert mit dem nächsten Set und was man dafür braucht, ist ein sogenanntes Gateway, ein sogenanntes WLAN-Gateway. Denn dieses WLAN-Gateway ist Ihr Zugang von Ihrem Smartphone auf Ihre Thermostate. Das bedeutet, Sie geben quasi über Ihr Smartphone an diesen sogenannten Gateway, an diesen kleinen Kasten, der ganz einfach nur in einer Steckdose platziert wird, das Signal bzw. den Befehl an den Heizkörper weiter, an Ihr Thermostat weiter. Sie sagen jetzt im Wohnzimmer bitte, erst nicht um 17 Uhr anfangen zu heizen, sondern erst um 20 Uhr oder um 21 Uhr, denn ich komme heute mal drei, vier Stunden später nach Hause. Auch das ist wieder bares Geld gespart. Der Gateway wiederum geht hin und programmiert Ihren Thermostat automatisch um. Das heißt, er gibt den Befehl von Ihrem Smartphone direkt an den Thermostat im Wohnzimmer weiter. Und das Thermostat weiß dann in dem Fall, okay, ich muss nicht um 17 Uhr anfangen zu heizen, sondern erst um 21 Uhr. Das geht genauso gut vom Weihnachtsmarkt aus, das geht natürlich auch, wenn Sie beim Nachbarn vielleicht noch mal eine Stunde oder zwei länger sitzen oder auch wenn Sie mal drei, vier Stunden früher nach Hause kommen und Sie denken sich, ach, um 17 Uhr fängt mein Heizkörperthermostat erst an zu heizen. Ich bin aber schon um 14 Uhr zu Hause, da wird es ganz schön kalt werden in der Bude. Dann machen Sie doch ganz einfach Folgendes. Greifen Sie zum Smartphone und geben dem Heizkörperthermostat von unterwegs noch vom Büro aus oder vom Einkaufen aus den Befehl, heizt schon mal die Bude hoch, ich bin in einer halben Stunde zu Hause, auch das funktioniert natürlich. Denkbar einfach gemacht, ganz einfach nur das Gateway in eine Steckdose rein. Sie haben einen Verbindungsknopf zu Ihrem WLAN zu Hause, das ist ähnlich einfach wie einen WLAN Repeater zum Beispiel zu verbinden. Wer das kennt mit so einem WPS-Button, der drückt auf dem Router einen Knopf und der drückt auf dem Gateway einen Knopf, dann kommt das Ding in die Steckdose und schon können Sie von unterwegs Ihre Heizkörperthermostate bedienen. Das ist ein sehr beliebtes Set. Ich persönlich würde mich für diese Variante entscheiden. Viele Menschen haben einen festen Rhythmus. Ja, aber es kann immer mal sein, dass du mal eine Stunde oder zwei früher oder mal eine Stunde oder zwei später nach Hause kommst. Und bei diesen Preisen sind zwei Stunden Heizleistung im Wohnzimmer schon mal eine ganz ordentliche Ansage. Ja, da kannst du also auch nochmal zusätzlich ein paar Euro sparen, ein paar Euro investiert. Und dann hat man hier natürlich nicht nur in diesem Winter, in dieser Winterzeit, sondern für die nächsten Jahre ganz einfach Ruhe. Unabhängig davon, dass wir hier nochmal sehr schön sehen können, deutlich besser aussehen als diese ollen abgegriffenen Thermostate mit dieser blöden Sperre hier noch drin. Kennen Sie das noch? Das finde ich ja fürchterlich. Ja, wenn Sie das auf drei einstellen, zack, den Hebel hochdrücken, bleibt er auf drei stehen. Das ist nun wirklich so 80er Jahre. Ich glaube, da sind wir mittlerweile in der Technik deutlich weiter. Übrigens keine Angst vor dem Programmieren an sich. Das ist eine denkbar einfache Geschichte. Sie müssen einfach nur Ihre Temperatur einstellen und die Uhrzeiten einstellen, auf Speichern gehen und alles andere ist dann machbar. Und vor allen Dingen ist es denkbar einfach. Sie können sich ganz bequem aufs Sofa setzen und müssen nicht hier hinter die Gardine, hinter das Sofa und so weiter, jedes Mal an den Thermostat ran, raufdrehen, runterdrehen und so weiter. Ist dann wirklich unglaublich lästig. Machen Sie es ganz einfach und bequem von Ihrem Smartphone aus. Wenn Sie nicht so ganz so versiert sind, lassen Sie sich gerne mal helfen. Und wie gesagt, nichts davon ist in Stein gemeißelt. Die Programmierungen lassen sich ganz einfach und schnell jederzeit auch so verändern, wie sich das für Ihr Leben ganz einfach am besten passt. Gibt es natürlich auch in verschiedenen Set-Zusammenstellungen. Das ist klar. Also in verschiedenen Mengen. So sieht es aus. Eben das 3er-Set mit dem WLAN-Gateway für 123,49 Euro bestellen Sie mit der ZX 5280 unter 569. Aber vielleicht haben Sie auch hier Mehrheitskörper zu Hause. Dann haben wir jetzt noch das 6er-Set mit dem WLAN-Gateway. Das ist super praktisch. Also ich habe auch gleich die Kombination mit dem WLAN-Gateway genommen, weil dann können Sie einfach auch von unterwegs aus Ihre Heizung steuern. Und ich sage Ihnen, das ist manchmal echt von Vorteil. Wenn man mal später nach Hause kommt, dann kann man es trotzdem hier nochmal einstellen und einfach verändern mit der Zeit. Und es ist dann warm, wenn Sie nach Hause kommen. Super. Das ist klasse, oder? Haben wir ja auch schon mal. Wir kommen mal eine halbe Stunde früher hier raus, mal eine halbe Stunde später. Das ist bei mir sehr oft so. Ja, dann bist du bei einer Freundin eingeladen, da dauert es eine Stunde länger. Oder du bist mal zwei Stunden früher zu Hause. Oder die Kinder kommen mal zwei, drei Stunden früher aus der Schule. Oder was, dann kannst du ganz einfach hier von unterwegs die Einstellungen jederzeit vornehmen. Und es ist super, wenn Sie von unterwegs im Auto sitzen oder irgendwo anders im Café sitzen, um mal eben auf Ihre Heizung zugreifen können, um die hoch oder runter zu drehen. Batterien sollten rein, zwei Stück pro Thermostat. Und deswegen haben wir für Sie noch ein praktisches 20er-Paket mit den Doppel-A-Varianten geschnürt. Das heißt, Sie können Ihre Heizkörper-Thermostate hervorragend damit ausstatten und haben noch eine kleine Reserve auch mal für die LED-Lichterketten, für diese Echtwachskerzen und, und, und. Und natürlich auch für das Kinderspielzeug, was Sie vielleicht am Heiligen Abend unter den Baum legen möchten. Stellen wir mal vor, Sie schenken Ihrem Sohn immer ein ferngesteuertes Auto und da fehlen in der Fernbedienung die Batterien. Also in Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Deswegen immer mal einen kleinen Vorrat an Batterien zu Hause haben. Gerade die Doppel-A-Variante ist mit, die am häufigsten verwendete in jedem Haushalt. Also die am besten gleich mitbestellen. Da können Sie direkt loslegen, wenn Sie Ihre Bestellung bekommen. Die übrigens ab Lager lieferbar ist. Alles das, was wir Ihnen zeigen möchten und können wir ab Lager liefern. Das heißt, in zwei, drei Tagen kann es bei Ihnen zu Hause schon losgehen. Pünktlich zur eigentlichen Heizperiode, aktuell im Winter. Ja, das ist doch super. Also die Gelegenheit hier direkt nutzen, ob mit WLAN-Gateway oder ohne. Das können Sie natürlich ganz frei bestimmen. Aber was Sie auch nicht vernachlässigen dürfen, ist, wenn man die Heizung, wenn das so gluggert oder so, dann müssen Sie die erstmal entlüften, weil damit sparen Sie auch enorm viel Geld. Ja, das ist natürlich blöd. Im Laufe des Sommers oder im Laufe der Zeit schleicht sich natürlich immer so ein bisschen Luft rein. Normalerweise haben Sie ja Wasser im Heizkörper. Wenn da aber an irgendeiner Stelle mal Luft reinkommt, dann haben Sie von mir bis hierhin haben Sie das Wasser. Und das letzte Drittel im Heizkörper ist Luft. Nur Luft können Sie nicht beheizen. Das ist das warme Wasser, was quasi die Heizleistung liefert. Deswegen soll man Heizkörper immer wieder mal entlüften. Man sagt so Pi mal Daumen, zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal dann zum Herbst. Das habe ich vor kurzem übrigens selber bei mir gemacht. Das ist immer eine unglaubliche Sauerei, oder? Mit diesem kleinen Schlüssel das Ventil dann aufdrehen. Übrigens auf der anderen Seite, in dem Fall hier auf der linken Seite von Ihnen aus gesehen. Dann tropft dann irgendwann das Wasser raus. Dann hält man ein Handtuch drunter, ist der Teppich versaut. Machen Sie es doch ganz einfach hiermit. Ja, es ist entsprechend genau der gleiche Schlüssel, den Sie von zu Hause aus kennen. Das ist ein universal genormter Schlüssel jetzt hier mit so einem Innenvierkant. Und gleichzeitig hat dieses kleine Teil also auch einen kleinen Tank mit dabei. Das heißt einfach draufsetzen und wenn das Wasser dann kommt, fließt das Wasser dann, bevor Sie abdrehen, ganz einfach in den Auffangbehälter. Habe ich bei mir auch gemacht. Und dann entsteht eben auch keine Sauerei. So etwas hat man immer mal zu Hause liegen. Und im nächsten Frühjahr, wenn Sie es wieder einsetzen, im nächsten Herbst. So, dass ganz einfach die Heizkörper optimal mit Wasser versorgt sind und damit also eine optimale Heizleistung ganz einfach gegeben ist. Unglaublich praktisch, finde ich. Auf jeden Fall direkt mitbestellen hier für 6,64 Euro. Unser TV-Sonderpreis für Sie. Also da am besten direkt zugreifen mit der NX 9070 und der 569. Das ist super wichtig. Damit sparen Sie natürlich auch. Und hiermit geht es super einfach. Das fängt ja das Wasser gleich auf. Und das setzen Sie dann einfach so hier an. Der Schlüssel ist schon mit dabei. Finde ich gut, weil meinen finde ich immer zu Hause nicht mehr. Aber hiermit wird das einfach gleich aufgefangen. Also ich finde das klasse. So, gibt es keine Sauerei mehr. Das hat meine Mutter früher immer geschimpft, wenn mein Vater die Heizkörper entlüftet hat. Und diese braune Soße, das ist natürlich auch immer das schönste Wasser, was da drin ist. Kann ich deine Mama verstehen. Dann die weiße Tapete runtergelaufen ist. Bist du wahnsinnig? Pass doch auf. Nimm dir einen Eimer mit. Nimm ein Handtuch mit. All so Geschichten. Damit kann das eben nicht mehr passieren. Und ich behaupte mal, dass Sie natürlich mit dieser Ausstattung, egal ob Sie jetzt die klassischen Thermostate nehmen oder die Thermostate mit dem Zugang von unterwegs und natürlich auch der Heizkörperentlüfter, dass Sie damit so ein Stück weit die Möglichkeit an die Hand bekommen haben, ganz einfach wahres Geld zu sparen, wie es die Bild-Zeitung schreibt, sind das wirklich gerade bei diesen Preisen mehrere hunderte von Euro, die man damit hervorragend sparen kann. Ich finde es großartig. Ich auch. Sofort lieferbar, also nutzen Sie die Gelegenheit und dann können Sie schon gleich anfangen zu sparen und viel Spaß dann beim Heizen.